Musik 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 Ich bin sehr glücklich, dass ich hier in San Antonio bin. Es ist ein Glück, es ist meine erste Mal, dass ich hier in Intercambio bin, in dieser Bereich des Canto. Ich bin sehr dankbar mit Gott und sehr glücklich. Die Leute von San Antonio sind sehr speziell, sie haben uns sehr gut bekommen. Vielen Dank an San Antonio und den Institut Kulturen. Und die Maestra Graciela Suárez, die hermös, sehr geehrte Maestra, die ich mit meinem Herzlichen Glückwunsch habe. Die Mexikaner ist Háblame de tu Amor, von María Gris. Die Mexikaner ist Háblame de tu Amor. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh.